Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar Anmerkungen. Die Diskussion wird bestimmt in den Ausschüssen fortgesetzt werden. Erstens danke ich Frau Weingart für die eindringliche Schilderung. Das gelingt mir in der Weise nicht. Zweitens, ob dieser Antrag beschlossen wird, in der Form oder nicht. Die inklusive Beschulung ist in keiner Weise gefährdet. Ob der Antrag beschlossen wird in dieser Form oder teilweise, entscheidet aber durchaus darüber, ob es weiterhin ein Förderzentrum geben kann, zu dem auch Zugang besteht, weil es nicht zu klein ist. Darum geht es nämlich hier nur technisch. Nur darum, gibt es eins oder gibt es eins plus eins. In keinem Punkt steht drin, dass die inklusive Beschulung zurückgestellt werden soll. Ich habe das im Zusammenhang mit diesem Antrag jetzt öfters gehört und Herr Schiek, auch wenn wir versuchen wollen, zu einem Konsens zu kommen, Ihre freundlichen Worte waren infam. Infam. Denn sie unterstellen dem Antrag etwas, was er nicht tut, nämlich in Abrede zu stellen, dass es einen gemeinsamen Unterricht geben soll. Und letztendlich geht es natürlich nicht um die Begründung, sondern um das, was materiell beschlossen werden soll. Stellen wir diese Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ja oder nein? Ändern wir etwas an dem Kurs oder lassen wir dieses langsame Absterben seinen Gang gehen? Deswegen bitte ich auch die SPD, ihren Änderungsantrag in der Form vielleicht mal zu überdenken, zum Ausschuss, zur Ausschusssitzung. Denn natürlich geht es nicht nur darum, Punkt 1, in der nächsten Schuldnetzplanung beide Fördermaßnahmen gleichberechtigt als Planungsziel einzubauen, sondern letztendlich muss ja materiell am Ende auch ein Förderzentrum dabei herausspringen. Und das ist der Gegenstand von Punkt 2. Wenn irgendjemand etwas einfällt, was weniger sensibel ist von der Beschlussfassung, dann bin ich natürlich für Änderungen, sind wir natürlich offen. Aber am Ende muss natürlich auch etwas herauskommen. Vielen Dank und wir werden weiterhin interessante Debatten führen. Dankeschön.